joseph da kann ich aber gerade noch mal zum operator gehen weil ich habe wieder 400 operatoren kriegt man aber erst auf 500 dann nehme ich mal den thermite, den kenne ich auch nicht, es habe ich auch schon genügend thermite ist geil boom ohhhh das Video vom thermite ist mal simsie und du hast eine helluerte Kombination wobei die Charaktervideos finde ich hier ganz geil gemacht Da ist auch nicht mehr an einem Squad, oder? Ne also ich bin jetzt mit irgendeinem noch da drinnen mit mir, weil ich dir beigetreten bin okay achso, der Psycho ist mir beigetreten, und du? ja mal gucken zwei gegen zwei treten wir haben auch den psychoball getreten jetzt aber ich dachte es zieht mich mit schade muss schon selber was machen musst du schon selber was machen was gut dann let's go will ich sagen ja ja die wir noch mal kurz das video vom jäger okay da hast du mich aus dem video gezogen haben wir zufällig noch was davon hast du zufällig dazu aber wenn du die ganze situations mit drei sterne abschließt da kannst du ja fast alles schon kaufen habt ihr schon irgendwo ein booster gesehen ja gibt es aber musst du gegen echt geld kaufen und das musst du dir halt also du hast die punkte jetzt auf null gesetzt beim richtigen spiel heißt du musst dir für mindestens fünf euro punkte kaufen und dann kannst du einen booster holen was haben wir denn hier ok defender haben wir gerade war ja jungle oder oder ich bin der gast mensch ich kann machen dass die luft stinkt ich hab den kassel toll ehrlich warum findest du das jetzt so lustig Ah, ich erinnere mich nur so an. So, ich hab heute auch mal dem Kater gegen angestufen. Das hab ich nicht so wirklich gekriegt. Ey, wenn du die Dinger noch nicht kennst, gell? Ja. So, ich hau dann mal. Oh, ich kann ja nirgendwo enforcen. Reinforcen, meine ich. So. Ich bin ja mal gesprochen. Kann man wohl gar nicht barricaden. Äh, weg da von der Tür. Hey. Oh, Josef hat was zum Verdecken gefunden. Nice. Ja, gut, das hat hier, oder? Ich weiß nicht, ob die vom Dach überkommen sind. Ich weiß nicht, ob die vom Dach überkommen sind. Ich komme jetzt von rechts bei mir. Ah, Psycho, danke. Pass auf, pass auf, pass auf. Sehr schön, danke. Da sind wir vorhin in den Schiss gelaufen. Entschuldigung. Oh, ich renne noch nicht in den... Oh, ich renne noch nicht in den Brian B holen, was? Hauptsache, rennt mir erst mal in den Schuss, ey. Ich hab auch irgendwie einen angefrackt von euch. Das Problem ist dadurch, dass der eigene da reingelaufen ist. Von oben, von oben. Ja, jetzt hab ich keine Punkte über... Minuspunkte gekriegt, weil mir der Brian B reingelaufen ist. In die Gasbombe weiß. Ich hab ne makellose Runde gehabt. Auch. Weil ich nicht getroffen wurde. Ne makellos, du und makellos. Ja. Achso, das ist jetzt, äh... Genau, jetzt geht's hier... Ich nehme Breach mit, nimmt jemand Stun mit? Ich kann Thermite mitnehmen. Ich bringe eine Treibungsgranate mit. Magst du auch bitte? Ja. Weil dann können wir beide breachen, ich und Happy. Zu spät. Du kannst das übrigens auf Deutsch umstellen, ne? Wer will denn das? Dann heißt es ja brechen, dann würden wir alle brechen. Alle hier unten in der Witzel. Das kenne ich noch aus der Closecrater. Ich bin noch nicht mal reingekommen in die Hütte hier. Das ist glaube ich sogar in der Hütte, wo wir von oben tippen, wo rein können. Ja, das ist das, das ist das von oben. Ja, ne? Warum solltest du das tun? Die Geisel ist ja gar nicht oben. 10 seconds to insertion. Hallo. Hi. 5 seconds to insertion. Oh, hier ist ein Störsinn an der Nähe. Ja, ja. Ah, das ist schwer. Also nach oben. Ne, warum? Warum willst du nach oben? Einfach zur Geisel. Ich dachte, man kommt nur von oben rein. Nein. Nein, man kommt überall rein. Jedes Fenster ist das Turpin. Aber dann lasst uns... Wartet doch mal, Leute. Warum müsst ihr immer so vorbrechen? Er war's. Brian B. Ne, war er nicht. Aber ich würde das mindestens zu zweit aufteilen. Ja, genau. Dann komm du mit, Max. Ja. Gehen wir um das Haus einmal rum. Ja, wir folgen dem Brian B. Und machen dann da ein bisschen Deckung. So, warte mal. Irgendwo, Kellereingang? Ne, lass doch hier rein. Lass doch hier abweg rein. Doppelt hält besser, ne? Ach ne, du hast es gut. Geht nicht, geht nicht. Kann noch mal blitchen? Ich häng mich mal an. Über Kopf. Ah scheiß, die Kamera hat mich gekriegt. Lerdig? Na komm, mach. You have been spotted, okay? Ich wurde gespotted. So, ich mach mal ein bisschen Krach. Pass auf, wer geht hier vom... Ah, da guckt er durch. Kacke. Gleich einen Headshot verpasst. Wo denn? Links, wenn du durch das Loch durchguckst. Links, äh, zwischen den... äh, Akten schränken. Hey, Josef, kommst du zu mir? Dabei wollte ich eigentlich nur ne Granate durchwerfen. Ich trau mich. Wow! Äh, ich bin... down. Aber irgendwas ist anders. Ich bin ja in ein Loch reingefallen. Wow! Hey, ernsthaft? Ich bin tot. Wir hatten das Loch in die Decke gesprengt. Die Gegner? Nee, ich glaub der andere Typ sieht hier. Der... Brian... Und läch? Wow. Das Leben ist Brian. Das Leben ist Brian, ja. Er sitzt links vom Spind. Wow. Die hätten ja auch weggehauen. Na gut, okay, die Posi ist natürlich ultra schief. Ne, die haben ja gewonnen. Oh, das kann da aber grad nicht. Wo ist er die Team Rot? Eins und eins. Achso. Oh, dann nehm ich mal wieder meinen... Aber lass das wirklich entspannter angehen. Jetzt sind wir eh beim Defenden, ne? Ja klar, ne, aber grad beim Angriff, das war wieder viel zu überhastet. Mein Puls ist im Ruhepuls. 160 zu 80. Der Puls ist 160 zu 80. Der Puls ist 160 zu 80. Ja. Ja. Darf auch keiner erzählen, das war meine Aussage, aber... Hahahaha. Oh, hier noch einen an der Wand. Ah ne, die Wände brauchst du gar nicht machen oder? Ich kann keine zweite Wand bestellen, was soll das denn? Ich mach gleich. Ja. Ich kann nur noch eine Aussage. Ja. 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 Verhalt die Fenster hinter euch im Auge. Geh hier in die Ecke und halt die Fenster im Auge. Ah, einer ist in der Nähe von uns eingestiegen. Die sind links von uns. So, die kommen rein. Oh, fuck, alter. Da kommt einer mit Schild und einer. Oh. Wow. Kommt von links auch einer mit Schild. Zwei Leute. Vier Leute insgesamt in den Raum. Einer ist da. Pass auf. Oh, von wo? Wow. Wow, wow. Und wo haben die... Ach, die... Ah, du... Okay, ja gut. Der hat eigentlich voll daneben geschossen, aber er hat mich erwischt. Okay. Ja. Ne, den muss ich noch nicht verstehen. Brian B. Echt nubig. Ja, Gott. Jetzt machen wir sie weg. Ja, klar. Need a fine hostage. Fahr mal nach oben, wer fährt euch nach unten? Ich muss erstmal Eingang finden. Nach unten? Komm ich hinterher. Parkrad nach oben. Sind oben. Okay. Alle oben? Ja. Ach, ich bin den Scheiß Signalsteuer gefahren. Ich würd sagen, wir gehen hier das Dach rein. Max. Ja. Okay. Geh mir hier hoch? Ja. Da vorne, oder? An das Glasdach. Ja. Nur das eine? Ne, da drüben ist noch eins. Hey! Warte doch mal! Warum gucken wir denn nicht erstmal, ob da was ist? Waren auf jeden Fall von hier, haben sie links einfach regadiert. Ja. Ja, ich will die Kamera ausschalten. Lass uns mal hier drüben noch in das andere Glasdach einsteigen. Boah, wo ist jetzt die scheiß Kamera? Da ist sie. Boah, wo ist jetzt die scheiß Kamera? Boah, da komm ich so unnatürlich ran. Ne. Kamera ist genau hinter mir. Scheiße. You've been spotted. You've been spotted, ja. Jetzt ist sie weg. Drinnen? Ja. Ah, der Brian B., der breached dann wieder, oder? Ja, lass ihn. Dann hör ich mich zurück. Hätte ich euch aber sagen können, dass wir nichts haben. Spotted? Okay. Wir wurden gespotted. Ja, da am Flur ist ne Kamera. Gut. Okay. So, jetzt hier, hier breached, hier breached. Okay. Oh, verdammt. Was? Ich hab gar kein Breach dabei. Ich hab Breach. Happy, hast du Breach? Äh, ich hab Theronite dabei, ja. Ich hab Theronite dabei, ja. Hier, geht's in den Keller? Ja, da wollen wir ja nicht hin. Ja, sicher. Achso, ist die im Keller, oder? Ich weiß es nicht. Die waren hier nochmal schnell? Ne, ganz oben waren die. Ich dachte, wir sind schon ganz oben. Mhm. Ähm. Oh. Ja, ich bin vorhin hier mit dem Ding hochgefahren. Ganz, ganz, ganz gut. Ganz gut, ganz gut. Da sind sie doch. Ich bin da rausgemacht. Wie hat er mich da getroffen, Willis? Wo warst du? In deinem Attenstand. Ah, ich wurde grad getroffen von irgendjemandem. Jetzt wurde ich erschossen. Von wo? Der hat seinen Kollegen getroffen, ganz ehrlich. Der hat mich durch die Wand erschossen? Ja. Auf da ist glaube ich noch einer, Max. Ah ja, komm. Ich hab auch nur noch sechs Helden und ich weiß nicht woher. Ja komm, geh mal in Deckung. Aber dieses Asynchrone, der stört mich nach wie vor so ein bisschen. Arck Asynchrone. Asynchrone. Äh, das Problem ist halt, dass der mich sehen kann, aber ich ihn noch nicht. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Er hat auch nur noch vier Helden, von daher. Er sitzt genau... Ja, da. All Friendlies have been eliminated. Aber der Reaping ist... Die Wand jetzt, ja. ... ... ... Vielen Dank.